Hey Leute, willkommen zu einem neuen Kapitänsgelungsvideo. Heute haben wir hier den französischen Kapitän André Lemonnier am Start. Dieser hat als Basisfähigkeit begrenzte Gelegenheit, verringert die Dauer der erhöhten Erkennbarkeit ihres Kreuzers nach Abfeuern der Hauptgeschütze. Also man geht halt quasi nach dem Feuern einfach wieder schneller zu, was als Kreuzer natürlich wichtig ist, weil man dann das ein oder andere Mal vielleicht so eine Schlachtschifsteibe entgehen kann, weil man einfach schon wieder rechtzeitig zu war, bevor es feuern konnte. In der ersten Reihe haben wir Loderne Flammen, welches die Brandwahrscheinlichkeit erhöht und außerhalb der Reichweite, welches die Feuerreichweite der Geschütze erhöht. Beides sind auf jeden Fall ziemlich nice Skills. Dort liegt es halt so ein bisschen an dem persönlichen Gameplay. Ich selber nutze auf jeden Fall total gerne hier diese 10% mehr Range, um einfach nochmal auf die Entfernung Schiffe abzufackeln. Klar kann man natürlich bei dieser, wenn man Loderne Flammen nimmt, kann man natürlich mehr abfackeln, aber wenn diese dann ganz knapp außer Range sind, kann man halt gar nicht schießen. Von daher schieße ich halt lieber ein bisschen weiter und habe ein bisschen geringere Brandwahrscheinlichkeit, wobei halt beide Skills auf jeden Fall sehr, sehr gut sind. In der zweiten Reihe haben wir hier einmal, bevor es zu spät ist, erhöht die Sichtbarkeit von Torpedos, was ganz nett ist auf jeden Fall. Als zweites Pyromane erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit den Sprenggranaten halt Feuer zu verursachen als Kreuzer, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Und als nächstes haben wir noch Home Run. Dies erhöht einfach die Reichweite der Torpedos, was beim Kreuzer halt zwar nett ist, aber ja, mehr halt auch nicht. Von daher würde ich halt auf jeden Fall hier das Pyromane empfehlen. Die anderen zwei Skills sind zwar ganz nett, aber Pyromane ist halt der Skill, der einen auf jeden Fall safe am meisten bringt. Einfach die Brandwahrscheinlichkeit hochtreiben ist immer eine geile Sache. In der dritten Reihe haben wir einmal Rausch der Geschwindigkeit, erhöht die maximale Geschwindigkeit des Schiffes. Das ist natürlich ziemlich nice für die Franzosen, weil die französischen Schiffe sind ja, oder die französischen Kreuzer sind ja sehr, sehr schnell. Und wenn man diese nochmal boostet von der Geschwindigkeit, ist das natürlich nochmal optimal, ihre Stärken zu verbessern. Aber wir haben auf jeden Fall auch nochmal andere gute Alternativen. Von daher gucken wir hier gerade mal weiter. Dann haben wir hier Durchstoßen erhöht die Durchschlagskraft und den maximalen Schaden der AP-Granaten ihres Kreuzers. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Skill. Gerade jetzt auch bei der Degrasse zum Beispiel. Dieses Schiff hat auch eine sehr starke AP. Und wenn man hier dann quasi nochmal diese AP zusätzlich bufft, dann kann man da auf jeden Fall nochmal ordentlich was rausholen. Wäre auf jeden Fall auch mein Favorit hier in dieser Reihe. Aber die anderen beiden Skills sind auch nicht schlecht. Wir haben nämlich hier noch als drittes aufs ganze Gehen verringert die Erkennbarkeit ihres Schiffes, während Motorboost aktiv ist, erhöht aber dessen Ladezeit. Dieser Skill hat auf jeden Fall einen negativen, sowohl einen positiven Effekt. Es ist halt schon ganz nice, solange Motorboost quasi an ist, ist quasi die Erkennbarkeit 10% geringer. Allerdings bin ich persönlich da jetzt nicht so der krasse Freund von, weil 50% mehr Ladezeit auf Motorboost ist halt schon sehr, sehr viel. Und Motorboost braucht man doch schon einiger Male. Von daher würde ich halt auf jeden Fall lieber hier Durchstülzen nehmen, weil das meiner Meinung nach der beste Skill von den drei ist. In der vierten Reihe haben wir Steuerbar, welche die Ruderstellzeit auf jeden Fall verbessert, was ziemlich nice ist bei den französischen Kreuzern, weil man da ja auf jeden Fall ein bisschen rumkiten will, ein bisschen HE-Spammen will. Und das ist natürlich wichtig, wenn man sieht, okay, jetzt ist eine Salbe unterwegs, dass man quasi schnell dodgen kann. Außerdem ist auch noch die Reparaturzeit vom Steuergetriebe reduziert. Ist auf jeden Fall ein netter Skill. Und zusätzlich haben wir hier noch fixiert, erhöht die Präzision und Treffgenauigkeit der Granaten. Der Hop-Batterie ihres Kreuzers, was halt richtig, richtig geil ist. Ich bin halt ein persönlicher Fan von Genauigkeit, weil ich möchte halt wirklich versuchen, Ziele gezielt rauszunehmen, wenn sie quasi einen Fehler machen. Und das ist halt sehr, sehr frustrierend, wenn quasi ein Schiff Breitseite fährt und dann schießt man quasi auf das Schiff, würde es vielleicht rausnehmen. Aber dann ist die Streuung so hoch oder man hat halt ein bisschen Pech. Und ja, so kann man halt die Fehler gut bestrafen mit diesem Skill. Und daher würde ich auf jeden Fall hier fixiert nehmen. Allerdings ist Steuerbar auch auf jeden Fall richtig gut. Von daher solltet ihr mal selber vielleicht ausprobieren. Beide Skills sind definitiv sehr gut. Und das kommt ein bisschen auf die eigene Spielweise an, würde ich sagen. Aber ich bin hier auf jeden Fall der, der auf fixiert geht. Dann kommen wir jetzt zu den legendären Skillungen. Dort haben wir zwei Sachen zur Auswahl. Einmal vollständig verpackt, was uns einmal nochmal von den Verbrauchsmaterialien zusätzlich eine Aufladung gibt. Zum Beispiel bei der Degrasse wäre das ein zusätzliches Sonar und ein zusätzlicher Motorboost, was auf jeden Fall ganz nett ist. Und als zweites hätten wir hier Nachfüllstationen, verringert die Ladezeit der Hauptbatterien ihres Kreuzers. Was halt richtig nice ist, weil umso mehr man schießen kann, umso mehr Feuer kann man machen, umso mehr Schaden macht man. Von daher würde ich mich persönlich jetzt hier für die Nachfüllstationen entscheiden. Zumindest für die Standardgefechte. Es kommen ja vielleicht in Zukunft nochmal Ranked-Gefechte. Dort sollte man vielleicht schon bei den einen oder anderen Schiff vielleicht überlegen, sogar hier auf die weiteren Verbrauchsmaterial-Ladungen zu gehen. Aber ich denke, mit der Nachfüllstation schnellere Ladegeschwindigkeit ist immer eine gute Sache, gerade bei Kreuzern. Und da hat man richtig Spaß mit. Von daher kann ich das euch nur empfehlen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu den Inspirationen. Dort habe ich einmal den Norman Scott genommen. Einfach nochmal die Genauigkeit erhöhen. Was ich ja schon gesagt hatte, was bei den Skills hier unten wichtig ist. Fixiert. Das ist natürlich nochmal nice. Das macht quasi den Norman Scott dann quasi nochmal. Von daher hat man noch eine bessere Genauigkeit. Zusätzlich haben wir jetzt hier noch den Charles Madden drin. Dieser verringert die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme und verringert die Ladezeit der Hauptbatterie. Die Drehgeschwindigkeit ist zwar fein, das ist halt so ein kleines Bonus, was wir mitnehmen. Aber hier ging es mir halt hauptsächlich auch nochmal um die Ladezeit. Dass man einfach noch mehr schießen kann und mehr Feuer verursachen kann. Solltet ihr vielleicht eine oder beide von den Inspirationen nicht zur Verfügung haben, Es gibt natürlich noch ein paar Alternativen, die ich euch gerne zeigen kann. Und zwar einmal haben wir hier schon den Esoroku Yamamoto am Start. Der verbessert nochmal die panzerbrechenden Qualitäten. Wir haben ja schon diesen einen Buff genommen, dass wir quasi eine bessere AP haben. Und in Kombination mit dieser Inspiration ist das natürlich eine coole Sache. Zusätzlich gibt es auch noch den deutschen Kapitän, den Lütjens. Dieser verstärkt auf jeden Fall auch nochmal den AP-Schaden. Diesen besitze ich zwar selber gerade nicht, aber dort könnte man dann quasi auch auf so ein AP-Bild gehen. In Verbindung mit diesen zwei Inspirationen. Oder zum Beispiel der Gunichi Mikawa ist auf jeden Fall auch ein richtig nicer Kapitän für Kreuzer. Weil einfach die Erkennbarkeit gesenkt wird. Und ja, es gibt auf jeden Fall da einige Alternativen. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn ihr den Scott und den Madden habt, Diese als Premiere-Alternative nehmen. Aber der AP-Bild könnte sicherlich auch viel Spaß machen. So, das war es dann auch schon wieder mit unserem Kapitänsgelungs-Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas noch wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne eure Bilds, was ihr für diesen Kapitän nutzt, würde ich doch gerne wissen. Und ich freue mich natürlich, euch beim nächsten Mal wiederzutillen. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.